So, herzlich willkommen hier zurück bei Far Cry 2. Ja, wir haben die Fahrung erledigt. Und wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum... zum 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 Bahnhof. Ja, zum Bahnhof. Und da müssen wir ja ein paar Güterwaggons in die Luft jagen. Und das machen wir jetzt. Entschuldigung. 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 So, ich hoffe mal, wir haben freie Bahn. Wahrscheinlich nicht. Da vorne ist eine Kreuzung und da werden sie wieder stehen und auf uns warten. Möchte ich da jetzt aber gar nicht so lange aufhalten. Mal gucken, dass wir jetzt hier einfach mal durchkommen. So. Mal gucken, ob wir das Auto noch mal repariert bekommen. Jetzt seht, dass ich grad ein Auto repariere. Hund. Schwachkopf. Ja klar, habt ihr mich jetzt eingeparkt oder wat? Ich darf doch wohl nicht wahr sein. Erst peigen sie mich ein und dann beschweren sie sich, wenn ich ein bisschen Platz mache. Mann, 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 Mann. So. Wo geht's denn jetzt hin? Da geht's hin. Und wir werden hier wieder... Ja. Gebühren empfangen. So. Halt. Mehr Farben. Da lang. Ich möchte mich da auch gar nicht lange aufhalten. Ganz ehrlich. Ist doch immer dasselbe irgendwie. Was ist denn hier? Dafür halte ich doch an. Ich könnte nicht mal rausgehen. Im Bus. Im Bus, im Bus, im Bus, im Bus, im Bus, im Bus... Guck an. So, ok, dann haben wir. So, kurz zwischenspielen. Und weiter geht's. So, was ist das? Ist das hier eine Waffenstillstandszone, oder? Gucken wir uns doch mal um hier. Schießt du auf mich, oder? Ja, die schießen auf mich. So! raus hier aussteigen und raus aus dem Auto aus dem Auto raus heilen ist er, ich seh ihn nicht darf doch nicht wahr sein heilen ich hoffe wir haben gespeichert wir haben hier gespeichert ok und da geht es uns gleich zur Sache und da geht es uns gleich gut und da geht es uns gleich So was heitzten. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Schau! Schau. Das ist ein guter Pulitzer Ich hab nicht mehr so viel Munition Spinnst du? Spinnst du? Wir bleiben hier auf Position So Ach, leck mich doch am Arsch, ey. So ein Fotzen-Teil. Scheiß drauf. Nur Wind. Keine Ahnung. Wer läuft denn da an? Mach das nur da weg drauf. Okay? Toll, ich hab gerade nur nichts zugemacht. Leck mich doch am Arsch. Lass mich verarschen, loslad nach, Mann. Hier, mach nur die Kettung. Wir werden beschossen, wir können das fehlen. Was ist das? Ein Geist aus dem Geist aus dem Geist aus dem Geist aus. Leuchter Kette. Okay. Ich hab keine Ahnung. Wie kommt man da rein am besten? Hmmmm. Jetzt sind wir da oben wieder. Okay, wir haben ja nicht wirklich was geschafft da drinnen. Das ist sorry, wir haben ja nichts zu tun. Das ist eine große Pläne. Ja klar, jetzt brennen sie auch noch. Oh Leute, was soll ich sagen? Aber die Idee war schon mal nicht schlecht, dass wir da hinten rumgefahren sind. Jetzt probiere ich mal noch eine andere Traktik und zwar, warte mal, stopp. Und dann fahren wir jetzt direkt rein. Ganz rein. So weit rein wie möglich. So. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay. Komplett reinfahren ist keine gute Idee. So, letzter Versuch und dann lasse ich es für heute. Wir fahren jetzt hier nochmal rum. Zu einem bisschen größeren Abstand, dass die uns nicht gleich sehen. So. Der ist weg. Der ist auch weg. Wo kommen... Wo schießen die da? Die sind auch weg. Kommen die jetzt alle schön hier nach und nach? Das ist mal eine verdammt gute Position hier, muss ich sagen. Er ist doch so. Ich speichere mal zwischen. So. Vielleicht haben wir Zeit das Auto kurz zu reparieren. Wo seid ihr? Das ist die Fläche wieder! Hey, Kominatou! Haufen wir die Fläche! So. Wo ist er? Im Bank Biele? Aris, hör auf. Okay. Denkmal wir haben's... ...aufgeräumt hier. I.E. So, ich denke mal, wir haben es geschafft. Ja, Feuerschutz, das, Kollege, das gebe ich dir das nächste Mal. Ich denke mal, hier an dieser Stelle werden wir jetzt mal aufhören und gucken mal noch schnell auf der Karte, wo er seinen Feuerschutz braucht. Da oben, ja klar, Marsch der Welt, alles klar. Gut, das machen wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.